Neuer Tag, neuer Booster, Folge 1451. Hallo und herzlich willkommen zum täglichen Booster. So erstmal schnell wieder der Kartentrick und es geht heute los mit Peitschenschwanzkrähe. Geschmolzene Zerstörung, Flüssige Bestie, der Spielautomat, Antike aus dem tiefen Wald, Krebsschildkröte, Senju der Tausendhände. Den haben wir glaube ich auch noch nicht gezogen. Wenn diese Karte als Normal- oder Flipbeschwörung beschworen wird, du kannst deiner Hand ein Ritualmonster von deinem Deck hinzufügen. Ja, gar nicht schlecht. Oh, und wir haben eine Ultra-Rare, Mega-Wandler. Solange deine LP niedriger sind als die deines Gegners, werden die ATK des ausgerüsteten Monsters gleich dem Doppelten seiner Grund-ATK. Solange deine LP höher sind, werden die ATK des ausgerüsteten Monsters gleich der Hälfte seiner Grund-ATK. Nicht schlecht. Und hier ist noch eine Karte. Äh, Kettenenergie. Ja. Haben wir wieder ein tolles Highlight gehabt. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal.